Schreckt mich doch nicht so! Soll das doch ein Fahrstuhl sein? Wem hab ich denn gerade gezweigt runtergegen? Overlord, Hunter ist drinnen. Gehe nach unten. Verstanden Hunter, wir haben null Sicht auf die unteren Schlotwerke. Sie müssen den Präsidenten alleine finden. Das finden sollte kein Problem sein. Ich hab mir mehr Sorgen, was rauskommt. Das ist nicht der typische VIP. Präsident Volodin ist Ex-Militär. Sind Sie draußen, kann er auf sich selbst aufpassen. Was wird er sagen, dass Amerikaner in den USA haben? Fragen Sie ihn selbst. Okay, mach ich. Viel Glück dauernd. Roger, Hunter. Bis gleich. Danke, danke. Na gut, das finde ich nur ein bisschen doof, dass er sich dann dauernd umguckt, obwohl er im Fahrstuhl ist. Das finde ich ja bald ein bisschen affig eigentlich, aber naja, gut. Gut. Ihhh. Pfui. Wir müssen sauber machen. Kann ich den erledigen? Ich hoffe nicht, dass er da ein Gefangener war. Entschuldigung. 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 Paters. Muss. Entschuldigung. Wir müssen? Wie. Guck, die Sicht nützt gar nichts. Ah, kommt wieder zurück. Guck. So, dann mal reingehen. Kann ich hier rum? Vielleicht kann ich hier rumgehen. Das sieht ja fast da noch aus. Oh. Go, 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 go. Was denn alles für Gänge hier? Was denn hier? Scheiße. Scheiße. Ach, Mist, verdammt, ey. Ach, ich soll bitte noch den geschossen, wenn ich den nicht sehen kann. Ich werde mich mal hier lang schleichen. Ja, finde ich auch. Was denn hier? Komm her! Komm her! Hallo? Ja, ganz seiner Meinung. Warte, den habe ich doch getroffen. Warte, wahrscheinlich muss ich die mehrmals treffen. Oh, shit! Der Medikbror ist nicht rufen. Da stehen wir beide so dicht nebeneinander. Okay, dann muss ich jetzt die Sache wieder ein bisschen ruhiger angehen hier. Das war jetzt zu schnell. Nee, der hat eine Waffe. Warte mal still. Das kann doch gar nicht sein. Okay. 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 Ja, ich hätte mal ein bisschen schneller gehen sollen, nicht? Ja, ja. Wenn das wieder enden wird? Ja. Oh Nöööö. Schön Rimmel in den Arsch. Hau doch doch mal vorbei an der Kiste. Oh Mann ey. Also manchmal ist das Laufen hier wirklich total bescheuert. Hau doch mal auf der Erde. 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 Gut. Hau doch mal auf der Erde. Hau doch nach der Erde. Tast microorganismos scored! Ich zeige euch. ja komm hoch mit dem kopf es ist es ist es ist es ist es ist äh ist mein Sensor schon wieder weg? kann ich nicht irgendwo aufladen? ne leider nicht vier Sensor hab ich noch ja 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 Ich sehe! Ich sehe! Die werden alle! Ich sehe! Geht, er hat sich die Schreiber! Das ist eine Anfeuerung! Ja! Keine Anfeuerung! Geht! Ich bin kein Schreiber! Geht, er wird sich auf der Erde! Oh, Scheiße, Mann! Irgendwas mache ich hier verkehrt. Wäre ich doch bloß eine Kakerlacke. Oh, Scheiße, Mann! Zeh ich ab da oben. Kannst du deine Schuhe nicht vorne zumachen? Zack! Zack! Was ist denn da? Ich habe keine Vierer. Ich habe keine Vierer auch. Ohhhh! Wieso habe ich den erschossen? Klar, ausgerechnet sind jetzt alle hier, oder was? Ja, ich sehe, dass sie auf der Erde kommen. da 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 von da Beide mit! Beide! Beide mit! Beide mit! Was ist das? UNTERTITELUNG Oh, lauf doch mal, Mensch! Vollidiot! Oh, Mensch, ich hab doch noch die Granaten, Granaten noch, Mensch, wie kann ich denn damit noch mal schießen? War das mit drei, ne? Oh, ja, 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 ja! Oh, ja, 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 ja! Haben sie alle ne ne? Kann ja nicht sein. Haben sie echt schon alle erwischt ne? Da ist noch einer, siehst du? Entschuldigung! Oh! Ja! Arma, du bist! Ja, du bist! Was da, Finder? Wrag, was da? Untertitelung des ZDF für funk, 2017